so servus leute willkommen wieder bei meinem video ich war lange zeit nicht aktiv weil der wichser nicht bock hatte an videos machen egal wir gucken wir sind wieder kanalberg unterwegs wir gehen wieder den berg hoch sport ist wichtig und wir sehen uns dann gleich oben bei kanalberg abonniert gerne meinen kanal like das video und ja wir sehen uns dann oben bis gleich leute wir haben eigentlich mal geschafft nach oben zu gehen mit dabei ist ich wissen wir haben jetzt geschafft kanalberg schon wieder drei videos hier gedreht einfach teil 5 ist wieder mal in kanalberg oder teil 4 keine ahnung muss wieder mal gucken so leute ich filme euch also ich will ein bisschen hier ihr könnt hier gucken ja auch hier kommt gerne hier hier kann man gut chillen so sieht schön aus wie geht's ok so so leute wir haben da jetzt paar minuten sekunden stunden gechillt wir gehen jetzt den berg wieder hier runter in der mitte kann man sehen und ja wir sehen uns dann wenn ich unten bin so leute wir sind erst hälfte wie ihr sehen könnt leute check auf jeden fall mein zweiter kanal ab btg musik ihr könnt dort die songs runterladen für eure videos benutzen oder einfach so anhören btg musik heißt der kanal ich verlinke dem vielleicht auch unter das video könnt gerne vorbeischauen dass dort die tausend abonnenten schaffen oder mehr und wir sehen uns dann wenn ich den berg ganz unten bin und ja wir sehen uns gleich wenn wir unten sind so leute wir sind jetzt unten angekommen wir waren den ganzen berg oben hier kann man sehen in der mehr wir waren den berg hier ganz oben wir gehen jetzt durch diese brücke hinter mir das video wird wieder was unnötiges sein aber egal ich drehe einfach unnötige videos video auf youtube und abonniert gerne meinen kanal und like das video wir haben 1130 abonnenten geschafft nein checkt ab da siehst du und ja wir sehen uns dann da vorne irgendwo so leute wir sind jetzt von brücke draußen ja der andere typ fack gerade und nicht ne und neben mir ist jason habe ich schon und hat mal in dem video gesagt aber ja ich kann es Eis mit karamell ich mache dann fängt wieder an wenn was passiert bis gleich so leute wir sind immer noch unterwegs mit jason wir gehen nach vorne immer noch und machen einfach gar nichts wir laufen ganz hinten so weiter unterwegs hier ja ja und da kriege ich in vier tagen geburtstag ein neues handy dann habe ich noch bessere kamera das hier ist zwar im ausstand besser aber das ist so ein ersatzhandy abonniert gerne bei ihnen du hast dich bis jetzt immer noch nicht verlinkt ich verlinke dich noch ja ja sagst du wieder um hast du nicht ja nimm zeit wir sind dann weiter mal unterwegs wir sehen uns dann gleich so leute wir gehen jetzt markhoff weil er cola kaufen will und danach gehen wir alle nach hause wahrscheinlich weiß noch nicht oder ja dann spiele ich fortnite viel spaß danke und ihr nicht danke spaß schlechten abend wünsche ich dir dann danke gar kein problem so leute wir sind jetzt immer noch wächst wir gehen in kaufland mit pipsi oder was auch immer holen will was wollen sie kaufen cola fake cola original cola pepsi natürlich auch pepsi schmeckt scheiße coca cola ist besser coca cola ist besser coca cola ist besser so leider wir gehen ins markhof und holen coca cola wie oft habe ich das schon gesagt drei fünf mal und ja wir sehen uns dann vielleicht auf dem weg oder markhof und ja bis gleich so leute checkt auf jeden fall ab bei mir und bei ihm bei ihm und er verlinkt mich einmal ja diese nächste woche kommt geile videos aus türkei also blogs aus türkei checkt auf jeden fall ab halt mal die fresse und ja checkt auf jeden fall ab dann seit ich meine kamera von unten eigentlich ich muss eigentlich so machen besser aus ne ja leute checkt auf jeden fall ab dann am nächste woche urlaub videos und so checkt ab wir gehen jetzt mal auf halt mal die fresse das ist nach scheiße wir gehen jetzt mal auf planänderung und ja der typ kommt lässt du übernachten wenn ich auch bei dir darf weil ja mal schauen der einfach in meinem video türkische hochzeit hintergrund und ja wir sehen uns dann bei mir so leute wir sind jetzt kurz zu jason gegangen sachen geholt und wir gehen dann jetzt zu mir darf beim übernachten und ja wir chillen bisschen heute bei mir ja wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder oder morgen weil der ich glaube den blog macht zwei tage lang weiß nicht ja und ja wir sehen uns dann gleich wieder so leute das war's mit dem blog was wir heute jetzt gedreht haben ich hoffe es hat euch gefallen das gerne ein abo da und ein leichter und bald kommen bessere blogs seid auf jeden fall am start wir sehen uns dann am samstag bei einem neuen blog oder früher keine ahnung wann das neue blog kommt wir sehen uns dann dort ciao pass auf euch auf tschüss tschüss tschüss